Leute könntet ihr ja bitte einmal aufhören die ganze Zeit hier rein zu hülpsen? Ja und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Angezockt nämlich von der Beta von Steep Woher springen wir denn? Raphael was moved out of your Chanel and disappeared Wer hat die gewoost? Keine Ahnung wer gewoost wird Also wir springen und wir sind hier gerade jetzt zu dritt bzw. zu viert aber den einen kennen wir nicht Ja was machst du gerade? Also absprungig 2 1 los Was macht ihr denn? Alter meine sprünkt nicht Hörner auch nicht Was macht ihr? Ihr müsst den schon wieder ausgewählt haben Ah Könnt ihr mir gleich vielleicht den Beta-Code da geben? Könnt ihr mir gleich mal sagen was ihr da macht? Die spielen Steep Guck im Internet nach Sie erinnern dass ihr mir auch den Beta-Code gebt und gell Sie ergeben sich nicht Bohohohoho Hey ich dachte du hättest ihn denn schon gegeben Nein mach ich gerade warte Seid ihr ganz oben oder sind die hier unten? Ja Hä hast du neu gestartet? Äh die Youtube Aufnahme? Nein Nein der Sprung? Äh ja Achso deswegen bin ich schon wieder Alter Alter Ich bin gelandet Ich bin gelandet Äh mit Schloss Ich fahr jetzt um Ja fahr mal los Kann man irgendwann noch eine weitere E-Mail-Drisse hinzufügen? Schade Schade Weil das ist jetzt das läuft jetzt über den Kampf von meinem Vater Von den äh also von seinem E-Mail-Account darf das jetzt Ich kann ja noch ein Coaching Wow ich hab ja keinen zweiten Uplay-Account Ich kann auch noch ein Coaching Ne Uplay dürfte sich dann automatisch ähm Steep herunterladen Was? Die Uplay reagiert automatisch drauf was du ähm Dingens hast Ja aber Hä? Muss ich ähm die erste E-Mail-Muss ich nicht erst die E-Mail akzeptieren oder nicht? Nein musst du nicht Echt nicht? Echt nicht? Die E-Mail kommt aber Das sieht schon wieder voll viel Schnee Hey echt jetzt? Ja Ja Tomat ich will auch Schnee haben Ihr Autos Ja Ja Was wollt ihr haben? Ich kann ein Bild schicken Ja mach mal Apropos ich hab vergessen die Aufnahme wieder anzuschalten Haha ich steh die ganze Zeit auf Ja Ja Herzlich Willkommen Wie ihr seht wir fahren schon ein bisschen weiter Die andere Rede war ja ein bisschen failhaft Ohhhh Boah das ist aber knapp Wo rollst du denn hin? Ohhhh Oh my god Ja und wir fahren hier ein bisschen rum Zwei Stunden? Bei mir hat's auch zwei Stunden gedauert mit drei Wollen die mich eigentlich ficken? Zwei Stunden? Hä das ist ein ganz normaler Spiel Download Das ist ein ganz normales Spiel Alter das sind 19,5 Gigabyte Ja Standard Alter Matthias warum wirst du eigentlich so lahm? Weil ihr so schnell wart Und weil ich einen Unfall gebaut habe glaube ich Ich hab ja auch noch einen Unfallswissen drin Ja Matthias ist ja einfach lahm Nö Alter Erick wen findest du geiler? Dich oder mich? Also von schöner Voraussehen her Ich weiß immer noch nicht was ich spielen soll Das erinnert die Situation immer noch nicht Weil ich die ersten zwei Stunden und acht Minuten spielen kann Also ich find Oh ihr habt's angehalten? Deine Kleidung irgendwie retrohaft Also ich find meine extrem geil Hast du Kopfhörer auf? Ja Ich hab meinen Schütz in der Kopfhörer auf Also ich find meine geiler Auch wenn das die Standardkleidung ist Matthias was meinst du zu mir? Warte immer's kurz Fahre weiter? Ja ich fahre raus Okay Matthias go Matthias Jaja ich hab mir noch Ehm Krüschluss deine Nachricht gelesen Ja siehste Deshalb bist du immer soweit hin Kann ich jetzt Ego-Ferspekt Ah ja man kann Ego-Histpacks mit dir Äh ich sollte dann den 8-Exa nehmen Ich mach das mit L Also Ich spiel ja nicht mit der Satur Hast du denn jetzt nen Geplay-Kon? Hast du denn jetzt nen Geplay-Kon? Wow Ich hab keine Ahnung Alter 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 ich hab 3 MB pro Sekunde Auslastung Digga 1 Stunde 50 Minuten U U Was soll das jetzt heißen? Oh wie das aussieht Warte hab ich 2 MB Jetzt hab ich 3 MB Ja du hast ja auch jetzt eine Kranke Leitung Kranke Leitung, schalalala Ah, ich kann euch auch zuschauen Ja, Zuschau-Modus Am Montag kann man noch Steeps spielen Am Montag? Bis zum Montag Ja, bis zum Montag Ja, aber danach doch nochmal, das ist doch dann normal Ja, aber Prost, meine Nacht, gut Wow, wow Ich glaub nicht, dass man den selber Kontos wieder machen kann, oder? Doch, ich glaub schon Wieso ist denn eine neue Meta-Welt? So, wie komm ich jetzt? Wie öffne ich das? Warte, warte mal kurz Guck mal eine neue Meta-Welt dann raus, oder was? Wie guck ich, wie mach ich jetzt die Meta-Welt? Wo krieg ich die jetzt meine Reform? Nein Ich hoffe mal ein bisschen rückwärts Du musst jetzt erstmal UK Und dann ist hier oben dauernd Und dann kannst du unter der Games gucken Und da ist der Steep early access Und dann kriegst du dann da auf Und dann gehst du dann da auf Und dann... Ähm... Nicht schon wieder, aber auch bleibt Wie fühlt sich eigentlich grad die ganze Zeit Zum solchen Baumstumpf? Vielleicht kaufen wir so Goldsdieb, wenn es ganz gut Wenn es mit der Meta gefällt Und... ...